Ladies and Gentlemen, liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Mafia 2. Wir haben in der letzten Folge die Männer von Vinci gekillt. Alter Schwede, das war eine ziemlich krasse Metze leider in diesem Baustellengebäude. Aber wir haben es hinbekommen, haben Joe das Leben gerettet. Der war ziemlich in der Scheiße, die haben den übelst zugerichtet, uns dann auch noch aufgehangen und wollten uns auch noch irgendwie, naja, ihr wisst schon, penetrieren. Zum Glück, dass wir zu zweit waren. Ich mache keinen anderen Radiosender, das geht ja gar nicht. Zum Glück, dass wir zu zweit waren am Ende des Tages, denn so konnten wir tatsächlich das Ganze auflösen und Joe das Leben retten. Und jetzt sind wir wieder vereint. Die geilsten Brüder in Empire Bay. Naja, egal. Jedenfalls müssen wir jetzt zu Bruno fahren. Wir haben den Anteil von Joe gekriegt. Wir haben jetzt über 55.000 Tacos dabei. Heilige Maria Gottes. Das ist ein Haufen Schotter, mit dem wir hier gerade durch die Gegend fahren. Jetzt können wir endlich die Schulden bei Bruno bezahlen. Direkt war das wenigstens schon mal aus dem Kreuz. Und dann müssen wir mal gucken. Ich hoffe, die kriegen Joe hin. Tony Balls ist ja auch, habt ihr ja gehört, zugerichtet worden. Ich sage ja, die ganze Familie, die ganze Mafia-Klicke, die ganze Mafia-Bande. Das sieht gerade alles im Moment richtig, richtig schlecht aus für die Jungs. Für jeden Einzelnen. Es läuft alles total aus dem Ruder. Wir schauen einfach mal. Ich hoffe, dass die Sache mit Bruno jetzt hier wenigstens einigermaßen easy läuft. Also wirklich überzeugt bin ich davon noch nicht, wenn ich ehrlich bin. Schauen wir mal. Wo mussten wir denn da rein? Hier, glaube ich, ne? Huch, was war das denn für ein Riesenvogel gerade? Achso. Ein Täubchen. So, ich stemme mich mal ganz kackenfrech hier rein. Ne? Wo die Schnauze reinpasst, passt auch der Rest vom Auto rein. Perfekt. Auf geht's zu Bruno. Hey, ich muss Bruno sprechen. Hast du das Geld? Ja. Dann komm rein. Du hast Glück. Wir wollten gerade wegfahren. Oh, Glückspilz. Guten Abend. Hast du mein Geld dabei? Oder kommst du, um die Frist zu verlängern? Hier ist es. Ich muss zugeben, das ist ein wenig überraschend. Ich habe gehört, es gab ein paar... Komplikationen? Das stimmt. Ich höre, Henry ist tot. Es tut mir wirklich sehr leid. Isaac, zähl das nach. Eure kleine Unternehmung war also von Erfolg gekrönt? Sie haben Ihr Geld, oder? Sicher, sicher. Ich frage nur, weil die halbe Stadt Kopf steht. Die Chinesen glauben, die Italiener sind auf sie losgegangen. Und nun greifen sie Vinci an. Das ist wirklich nicht gut. Hat das etwas mit dem Geschäft zu tun, das ich euch finanziert habe? Tut mir leid, Bruno, aber das ist unsere Sache. Danke, Isaac. Damit wäre die Schuld wohl beglichen. Ich weiß nicht mal, wie du heißt. Vito. Vito wie noch? Vito Scarletta. Ah, Scarletta. Ich kannte mal einen Scarletta. Aber ich muss sagen, du zahlst deine Schulden zuverlässiger zurück als er. Er hat seine arme Frau darauf sitzen lassen. Also Sie haben meinem Vater das Geld geliehen. Hm. Deinem Vater? Tja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Es scheint dir nicht zu gefallen. Aber habe ich ihn gezwungen, sich Geld zu leihen? Dich habe ich doch genauso wenig gezwungen. Wenn du mal wieder Kredit brauchst, weißt du, wo du mich findest? Klar, sicher. Das ist so krass, wie verstrickt das alles ineinander ist, ne? Richtig, richtig krass. Kapitel 15. Per Asperat Astra. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ouster Bay, 26. September 1951. Ich konnte nicht schlafen. Es sah übel aus. Und wurde zunehmend übler. Irgendwann würde alles auffliegen. Und dann hätten wir Falcon, die Chinesen und Vinci im Nacken sitzen. So hatte ich mir das nicht vorgestellt, als wir anfingen. Ich hatte vom großen Geld geträumt. Von Autos, schönen Frauen, von Achtung und Freiheit. Ich habe es bekommen, aber ich musste dafür bezahlen. Gefängnis strafen. Leben in Angst. Und dem Tod meiner Freunde. Lange hatte ich mich durchlaviert. Doch nun holte mich alles ein. Es war nur noch eine Frage der Zeit. Neue Grafik freigeschaltet. Sie sieht im Hoppenü an. Cool. Und das Telefon klingelt. Ja, hallo? Vito? Hier, Eddie. Hör mal, du müsstest... Lass mich raten. Ich soll schleunigst zu dir kommen. Und zwar bewaffnet. Ausnahmsweise nicht. Du sollst zu Carlo ins Planetarium kommen. Weißt du, worum es geht? Nein. Aber fahr lieber gleich mal hin. Carlo mag es nicht, wenn man ihn warten lässt. Bis dann, Vito. Okay, trifft Carlo am Hillwood Observatorium. Oh nein. Das will ich eigentlich gar nicht tun. Bin ich ganz ehrlich zu euch, habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Wir nehmen den Freizuganzug. Freizuganzug. Ich meine natürlich den Freizeitanzug. Oh, und es pisst wie aus Eimern. Na wunderbar. Prima. Mr. Scaletta, würden Sie bitte einsteigen? Hey, alter Mann. Was machst du denn hier? Der Flucht steigt schon ein. Los jetzt. Na, was ist jetzt los? Und Sie sind... Das ist unser Freund. Mr. Chu. Okay, also was läuft hier, Leo? Worum geht's? Es... Es geht um dich, Vito. Was? Du hast schwer Scheiße gebaut, ne? Hast einen Scheißkrieg angezettelt. Keine Ahnung, wovon du da redest. Arsch mich bloß nicht, Kleiner. Ich hab schon mehr von diesem Metier vergessen, als du je lernen wirst. Die Hälfte unserer Leute ist tot. Die Hälfte von Mr. Chu's Leuten ist tot. Und jetzt sitzt uns allen die Bundespolizei im Lacken. Alles deinetwegen. Leo, hör zu. Hörst du, wär ich nicht gewesen, wärst du schon längst mausetot. Und deshalb sperrst du jetzt die Ohren auf und hörst mir genau zu. Diese Chinatown-Sache. Daran war doch nur dieser Schwanzluca Henry schuld, oder? Weißt du, für wen er gearbeitet hat, bevor er gestorben ist? Er wurde abgeschlachtet. Er hat für die Bundespolizei gearbeitet. Er war ein Scheißspitzel. Deshalb haben Mr. Chu's Männer mit ihm abgerechnet. Und deshalb ist die Bundespolizei hinter Carlo her. Aber ich lass meine Freunde nicht im Stich. Du hast mir geholfen, also helfe ich dir. Ich hab mich für dich stark gemacht. Und du kriegst eine Chance zur Wiedergutmachung. Okay, lass hören. Tu uns einen Gefallen und erledige Carlo. Und wenn ich's nicht tue? Dann stirbst du. Frank und der Rest der Kommission wollen deinen Kopf. Mr. Chu übrigens auch. Vergiss nicht, dass du dich für einen Spitzel verbirgt hast. Glaubst du, Carlo lässt dir das durchgehen? Du kannst dein Testament machen. Wann? Sofort. Jede Minute, die wir warten, ist ein Geschenk für die Bullen. Er hat sich in seinem Observatorium verkochen. Womöglich ahnt er was. Man kann über Carlo sagen, was man will. Aber blöd ist er nicht. Okay. Lass mich aus. Denk dran, Kleiner. Das ist deine letzte Chance. Toll, jetzt so will Carlo erledigen, Alter. Das können wir doch nicht bedingen. Ciao. Jetzt sind wir ganz ehrlich, also, also, jetzt mal ganz ehrlich, dieser Mr. Chu gerade, ne? Der sah doch so aus, als könnte er keine Fliege was zu leidet tun. Der sah voll freundlich aus. Das pisst immer noch wie aus Eimern. Wo ist denn das, wo ist denn das Observatorium? Ja, alles klar, da muss er, pfff. Warum die uns denn hingefahren, Alter? Ich hab vielleicht mal einen neuen Anzug an, das pisst wie Sau. Finde ich nicht gut. Alles klar. Okay, wir müssen, ähm, das ist ein Auto besorgen. Nehmen wir das hier, wir nehmen das hier. Kommt der Bullenwagen hier lang? Natürlich kommt er das. Hi. Alles gut, mal. Alles gut. Ja, ja, ja. Hier mit 50 Euro bestechen, bitteschön. Guck mal, ich hab Moneten dabei. Wie sieht's aus? Das sollte helfen, die Sache zu vergessen. Danke für den Beitrag zu meiner Altersvorsorge. Oh, such's dir aus. Ne? Bruder, such's dir aus. Kackbollen, Alter. Können nicht drauf prügeln, ne? Ohne Scheiß. Ziehen den armen Leuten das Geld aus der Tasche. Ja, der war halt das Auto da hinten. Bam, 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 bam. Da kommt, knackt das Ding los. Zack. Zack, okay. Rein da und dann auf geht's. Also, wir sollen Carlo Falcone erledigen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Sache ist. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, dass wir Carlo umleben. Ganz ehrlich. Ich mein... Aber auch Henry. Wir hatten das ja... Der Mr. Chong hatte das ja... Hatte das ja gesagt gehabt. Dass Henry in Spitze war. Das wollte Joe ja nicht so wirklich wahrhaben. Mr. Wong hatte wohl doch recht. Hätten wir mal auf den gehört, Alter. Hätten wir mal auf den gehört. Aber wir haben Mr. Chong... Mr. Wong oder Mr. Chong oder was weiß ich wie... Das haben wir ja gar nicht umgebracht. Das war ja Joe tatsächlich. Der ihn gemordet hat. Oh Gott. Ich sag ja, das läuft alles aus dem Ruder hier. Aber es folgt mir, dass Leo wieder da ist. Feier ich. Feier ich. Aber... Der war natürlich not amused. Das ist ja ganz klar. Wir brauchen das ja auch gar nicht schönreden. Wir haben einen Haufen Scheißdreck gebaut. Wir haben wie Jungschwunde gehandelt. Und das müssen wir eben jetzt ausbaden. Und wenn das eben heißt, dass wir den Mafia-Boss töten müssen. Den größten Mafia-Boss, den es gibt. Naja, dann ist das eben so. Und ganz ehrlich, bevor der uns umlegt... Jagen wir lieber ihm eine Kugel in den Kopf. So viel shitfest. Auch wenn es nicht einfach werden wird. Nicht einfach werden wird. Nicht einfach werden würde. Nicht einfach werden wird. Werden wird. Werden wird. Gibt's das? Gibt es werden wird? Das hört sich komisch an, ne? Wenn es nicht einfach werden wird. Doch, das klingt aber... Es klingt aber richtig. Ich lebe in meiner Welt. Und die mache ich mir, wie die mir gefällt. Ich lebe auch. Gott. Im Himmel. Beschütze mich bitte da oben. Das könnte gleich ziemlich unlustig werden. Aber wir hätten auch noch was essen gehen müssen vorher. Ich habe mich wieder ein bisschen angedamaged. Aber egal. Jetzt komm. Scheiß drauf. Alter, wo hat der denn so ein scheiß Observatorium, ey? Das gibt es doch gar nicht. Ach hier. Alter. Was hat der denn da für eine Bude, ey? Das glaubst du ja nicht. Und das ist am Pissen hier wie Schweinebacke, ey. Okay. Carlo, du Arsch. Wo bist du? I'm gonna hunt you down, man. Ach, hier muss ich hin, okay. Hey, Jungs. Hey, Vito. Der Boss will dich sehen. Alles klar. Gut. Ich will ihn auch sehen. Äh, einen Moment noch, Vito. Ich muss dir deine Knarre abnehmen. Na klar. Bedien dich. Was für ein cooler Bastard einfach, ey. Unfassbar. Ähm. Na prima. Na prima. Was ist da denn los? Hau noch eine Granate. Ja, haben wir. Hier. Oh, wir sind tot. Schön. Okay, warte mal. Das machen wir nochmal. Und zwar... Ich gehe jetzt mal direkt von uns, die Granate, ins Gesicht. Jawoll. Boah, die war super. Na komm. Du Arsch. Irgendwann wird eine Kugel treffen. Und auch nicht. Mein Gott. Okay. Den alten Wichs Kobold haben wir. Hier ist aber noch irgendwo einer. Oh, hier sind nur mehrere. Das sehe ich gerade. Der kann uns aber nicht in den Rücken fallen, ne? Ne. Das war mir gerade am wichtigsten. Na. Das gibt ein Metzelfeuer weg. Das schwöre ich euch. Keiner kann uns aufhalten, Mann. Zack. Wir rushen hier einfach nur durch. Als gäbe es keinen Morden mehr. Boah. Du Pisser. Einer ist durchgekommen. Ein kleiner Lurch. Nein. Kopf runter. Bruder. Kopf runter. Besser ist so. Auch für dich. I can see your food. Your stupid idiot. Okay. Wir sind im Observatorium, Mann. Ob ich jetzt Angst habe? Oh. Auf die leichte Schulter würde ich sich nehmen, wenn jemand auf mich schießt. Komm, zeig mir dein Köpfchen. Oh. Okay, dich dich halt. Ist mir doch egal. Wow. Alter. Ah, du alter Wichskribbel. Hütscht du von mir. So. Aber ich muss mich hier ein bisschen umgucken, weil das kann ja nicht sein, dass hier durchaus noch das ein oder andere Geschenk vom Playboy liegt. Nein. Alter. Boah. Nein. Komm nicht rein. Ja. Mach du mal. Ich sehe deinen Kopf. Idiot. So. Sag jetzt noch einen nach oben. Alter, was macht ihr denn hier? Ihr Freaks. Nein. Boah, ist so krass, wie schnell man in diesem Spiel stirbt, ne? Alter. Boah, das ist so krass. Wir müssen es aber nicht nochmal... Alter, was ist das denn? Wir müssen es... Alter, ja. Warte, warte, wir haben es verpeilt. Ey, müssen wir das jetzt echt nochmal machen? Boah, wie mich das... Also die Checkpoints in diesem Spiel sind ne Katastrophe. Ganz ehrlich. Also ist ein bisschen frustrierend. Nicht Katastrophe, aber... Bisschen frustrierend. Und beschmissen haben wir die diesmal auch nicht so geil. Oh fuck. Die kommen mir halt schon nahe gerade. Wir haben auch keine Granate mehr jetzt, ne? Wir haben doch noch Molli, oder nicht? Das hat mir bis vor kurzem noch einen. Dachte ich. Zack. Okay. Schade, die Knarre hier ist gleich leer. Leider. Na? Idioten. Kommt da wieder auf mich zu gerannt, wieso Deppen? Na? Oh, der lebt ja noch. Oh, wir haben nur noch drei Schuss. Sterb. Bleib gefällig, steh du besser. Ach ja? Wer kann sich hier nicht verstecken, ne? Ich glaub, das war's ja du. Ist tot, ja. Deinen Schädel sieht man immer noch. Richtiger Sneaker, Mann. Warte, ich muss nachladen. Oh. Alter, die Drecksau. Beim Runterfallen hat er mich noch erwischt. Was für ne... ...hoden... ...Menschensauf, Alter. Fick dich. Fick dich. Fick dich in einen hässlichen Scheißknüter. Arschloch. Yeah. Deine Arte. Arschloch. Ah, die war diesmal besser. Kommt, trefft ihr mich? Und ich hier in Deckung bin, Alter. Wichser. Okay, ich versuche, mich ein bisschen zu beeilen. Zack. Ey. Ja, genau, genau. Es steht auch von außen nichts. Klar. Weil der auch so schnell gleich wieder Orientierung hat, ne? Ist klar. Hey. Du Arsch. Ich hab mir fertig stehen, Mann. Okay, 30 Schuss haben wir noch. Kriegen wir den auf jeden Fall damit platt. Na? So. Jetzt ist der da oben wieder. Ne, wer ist mit dem? Zack. Was ist mit dir da hinten, du Arsch? Gehst du mir auf den Sender? Zeig dich mal. War dann halt so. 15 Schuss, warte. Warte, 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 warte. Geh nochmal zurück und laden nach und dann können wir ihn holen. Nice. So. Boah, ihr Wichser. Wir gehen mal ein Stückchen zurück und gucken einfach mal, ob die tatsächlich aber hier runtergelaufen kommen. Ja, kommen sie. Haben wir die, yo. Sind down. Perfekt. Glaubens, wo habe ich mir das vorgestellt? Okay, vorsichtbar hochlaufen. Den haben wir. Du hast auch noch einen Kumpel dabei, ne? Ja. Hat er. Da drüben. Keine Chance, Mann. Keine Chance gegen Vito Scaletta, Mann. Bitte ein Checkpoint. Das wäre toll. Ich würde mich sehr freuen. Ja, Checkpoint. Sehr gut. So. Und den Rest? Oh, es geht mal weiter, oh Gott. Oh, im Goatis Willen, liebe Freunde. Los, ich blaste deinen Hirn raus. Halt's Maul. Ich blaste dir gleich mal was anderes. Was? Was? Hast du gerade gesagt? Ich habe ihn leider nicht verstanden. Die Schüsse waren so laut. Na klar, er trifft mich wieder aus dem Nichts. So, hey. Okay, rein da. Unten den Killen. Ne? Was ist das? Hey, geht's aber nochmal nach oben? Was ist denn da oben, ne? Achso. Ey, wir können das Teleskop drehen, wie geil ist das denn? Das Dach öffnen. Ah, 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 ah. Da regnet's. Geil. Oh. Kommt ihr alle nach oben? Ne, ne? Ich glaube, das war der einzige Idiot, der hochkommt. Naja. Okay, den Rest müssen wir uns so kümmern. Hallo? Na? Hier? Schon gewusst? Wart, das war ja Todestag. Hier, Xer. Deckung. Ich hab mich gar nicht im Visier, Mann. Null. Ihr Arschgeigen. Huaha. Ja, das war gut. Das war sehr gut. Ich bin beeindruckt. Da kommen wieder welche. Was hast du gesagt? Arschle. Oh. Geile Sache. Boah, da vorne wird's noch heftiger. Also. Geh weg. Ey, die haben Shotguns. Die sollten wir vielleicht nicht zu nahe kommen lassen. Liebe Freunde. Es wird eng. Es wird hart. Es wird böse. Wie es weitergeht, erfahren wir. In der nächsten Folge. Von Let's Play Mafia 2. Es wird heftig. Wieder mit dir. Du Arsch. So. Also. Nächste Folge Mafia 2. Bis dahin. Ciao. Das war's. Das war's. Das war's.